Ich muss bei euch entschuldigen, wir konnten leider keine Videos in der Schule machen. Das war nämlich die Gelau. Das ist jetzt die Forensik-Science-Klasse. Das ist die Lehrerin. Aber ich kann euch mal so zeigen, was wir alle so Senioren machen müssen. Also ich muss sagen, als Senior hat man es nie leicht. Man ist da zwölfklässler. Das heißt, man macht quasi wie das Abortur, nur bei denen heißt es Disciple. Ich möchte auf jeden Fall das Video mal schaffen und dafür muss ich leider auch einiges tun. Andere können vielleicht ihre Fächer aussuchen, die sie haben wollen, aber die haben einfach auch die Credits von der 11. Klasse. So, das heißt für mich, ich muss zwei Science-Fächer nehmen. Das heißt, ich habe genommen Environment. Hier. Ne, das ist so. Hier. Scheiß. Ar 실. Sehr sehr. Besogie dein Gramm, zu übersetzen. Ja, eine ходlige Projekte aus dem man müssten runterentwickeln. Ja, wenn sie die Luces halt machen. Schau, geschnten Mein zweites Giants-Fächer ist Forensik Saiens. Also da geht es halt um, ich kann euch mal zeigen, ich habe Lust für einen Test zu lernen. Schauen wir mal um den Test lernen und wir müssen mit den beiden Zahlen fechern. Dabei geht es um, ja, man lernt, wie man mit Physik und mit Chemie und Biologie und so weiter Täter zurückbefolgen kann. Also z.B. wie das mit den DNA-Tests und so weiter funktioniert, mit dem Alkohol-Test und so und mit dem Finger abdrücken. Ja, und das ist unser Taschenrecken. Moment, ist so hinten. Ja, hier. Guckt euch mal dieses fette Viech an, das ist doch da. Das kann sogar würfeln, das ist voll cool. Schaut, da kann man damit würfeln, das ist voll cool. Und dann erzählte sie oft im Hinterkopf. Voll der Scheiß. Irgendwie trinkt es halt auch was. Wenn man so, wie kann man das nennen, wenn man so Zufallssachen macht. Ja, jetzt tut man auch würfeln, was so schön ist. Das ist voll toll. Ich liebe Würfel. So, jetzt hat es 14 mal gewürfelt. Die kann es aber 50 mal würfeln lassen. So, das ist mein Liebkopf. Ja, es sieht gut aus. Das ist die Liebkopf. Das ist die Liebkopf. Das ist die Liebkopf. Das ist die Liebkopf. Das ist die Liebkopf hin yat Mach auf, weil er die Liebkopf es versteht. Ich bin jetzt auf 5 Uhr, ich bin jetzt in der Cafeteria. Mehr. Das sind alle Kinder, die ich mit mir habe. Will all members of Spalding House... Spalding House, please report to the gymnasium and sit with your housemates. Spalding House, Spalding House to the gymnasium. We don't know if you want to call this one. 100 members of Bonaventure House. Please report to the gymnasium. Members of the Bonaventure House. Emily! This is just all, this is the house. Ja, wir haben Häuser, das ist wie Harry Potter. Also, ich bin jetzt in Bonaventure House. Ja, das ist wie Gryffindor. Also, ja, es ist House Day. Oder, wir spielen halt die Häuser gegen die Häuser. Wenn ihr mit Böhm' ist, wir machen es nicht territorium. Das sind die Häuser gegen die Häuser. Ich habe die Häuser gegen die Häuser gegen die Häuser gegen die Häuser. Das ist in Ordnung, wenn ich die Häuser gegen die Häuser umgeist habe. Das ist das wichtig. Es ist das wichtig. Es ist ja auch nur das, es ist das wichtig. Das ist ja auch v Allerkampf. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja!